Da ich vor meiner Facharztausbildung bereits das Diplom zum Krankenpfleger absolviert habe und dadurch auch viele verschiedene Krankenhäuser kennenlernen durfte, schätze ich die flache Hierarchie und die damit verbundene gute interdisziplinäre Zusammenarbeit in der KRAGES ganz besonders. Die Arztausbildung in der KRAGES ist für mich sehr vielfältig und abwechslungsreich. Was ich besonders schätze ist, dass die ärztliche Leitung einen großen Wert auf die qualifizierte Ausbildung legt. An der urologischen Abteilung haben wir fünf Ausbildungsärztinnen und Ärzte. Ich sehe es als eine meiner zentralen Aufgaben, dass sie ihre Ausbildung in der ganzen Breite des Faches absolvieren können und auch, dass das Zwischenmenschliche nicht zu kurz kommt. Die Größe des Krankenhauses Büssing erlaubt das Erwerben von breiten und fachübergreifenden Kompetenzen im Rahmen meiner Ausbildung. Aufgrund der überschaubaren und verlässlichen Strukturen in der KRAGES ist eine qualifizierte Facharztausbildung in der vorgesehenen Zeit möglich. Die vielfältigen Krankheitsbilder, die wir im Schwerpunktkrankenhaus Oberwart behandeln, ermöglichen eine fundierte Praxiserfahrung im Rahmen meiner Ausbildung. Die Anforderungen an die Auszubildenden sind somit äußerst anspruchsvoll und vielfältig, von technischen Fertigkeiten bis hin zu sozialen Kompetenzen. Es wird alles vermittelt, um frühzeitig in der Patientenversorgung mitverantwortlich arbeiten zu können. Ich habe mich bemüht, ein Oberärzteteam zusammenzustellen, das über die Landesgrenzen hinaus bekannt und gute Reputation hat. Was auch ganz wichtig ist für junge Kolleginnen und Kollegen, wenn sie hierher kommen, wissen sie, dass sie gute Ausbildung bekommen, weil hier Leute arbeiten, die ihr Werk verstehen. Ich habe die gesamte Ausbildung innerhalb der KRAGES absolviert und dadurch eine wirklich fundierte und vielseitige Fachkompetenz erworben.